Ja, was geht's? Herzlich willkommen zur Folge von Fondermatroyal und es gibt mal wieder einen neuen OP-XP-Glitch und zwar läuft das Ganze so ab, dass ihr erstmal hier wunderbar spawnt und dann müsst ihr genau die Schritte machen, die ich jetzt auch machen werde und zwar gehen wir dann hier runter, gehen hier lang und gehen dann im Prinzip in diese Ecke hier, zack, da gehen wir jetzt einmal eben ganz schnell hin da habe ich gerade einen ganz kurzen Leg gehabt, das macht aber nichts und bauen uns dann ab hier einfach nur hoch, Leute das heißt einfach hier hochbauen, zack, 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 ich hoffe meine Legs werden jetzt gleich besser, weil ich habe gerade irgendwie komische Legs gehabt ja genau, okay, ich denke mal das wird jetzt aber nichts ausmachen, Leute auf jeden Fall bauen wir uns dann jetzt einfach hier die ganze Zeit hoch, bis wir denn da an der Border sind ihr seht das gerade schon oben auf dieser Minimap, dass wir gleich angekommen sind und dann ist da nämlich ein versteckter Interagieren-Button und zwar genau hier, hier ist der Interagieren-Button, da drücken wir jetzt einfach drauf, dann werden wir hier in so einen geheimen Raum gespawnt und wenn wir denn hier sind, Leute, haben wir im Prinzip schon alles gemacht, dann müsst ihr eigentlich nur noch hier drauf gehen und ihr seht, Leute, ihr werdet hier die ganze Zeit hin und her gebaut, zack, 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 zack und ja, das war es eigentlich das ist dieser XP-Glitch, super, super einfach, geht mega, mega schnell und ihr seht, ihr bekommt richtig viel XP dafür, dass er eigentlich nur rumsteht ihr könnt dann auch hier im Prinzip mit Autosprint gegen die Wand laufen, dann geht das Ganze vielleicht noch schneller das kann ich euch jetzt aber nicht sagen, aber auf jeden Fall, Leute, würde ich sagen, das war es auf jeden Fall mit dem XP-Glitch ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen, falls euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da weil ich stelle euch hier auf diesem Kanal immer die neuesten und besten XP-Glitches vor dieser Zeit im Fortnite gibt und ich würde sagen, Leute, ich bin damit raus, probiert ihn gerne aus und haut rein und ciao Ciao